Ein Hallo hier aus den ICE 596 nach Berlin-Gesundbrunnen über Frankfurter Main, Hauptbahnhof. Hier am Stadion in Frankfurt. 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 So jetzt geht es hinein in den Frankfurter Hauptbahnhof. Hier am Stadion in Frankfurt. Hier am Stadion in Frankfurt. Hier am Stadion angekommen. Die DB-Information befindet sich jetzt direkt unter der Abfahrtsanzeige. Hier am Stadion in Frankfurt. Hier ein Blick in das Zentrum von Frankfurt. Hier am Stadion in Frankfurt. Hier am Stadion in Frankfurt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier der Blick in die Kaiserstraße, direkt gegenüber des Hauptbahnhofs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier der Blick Richtung Südeingang Und hier der Blick Richtung Nordausgang Hier der Blick in die Kaiserstraße, direkt gegenüber des Hauptbahnhofs. Hier der Blick in die Kaiserstraße, direkt gegenüber des Hauptbahnhofs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier direkt am Nordausgang bzw. Eingang Untertitelung des ZDF, 2020 Hier direkt am Nordeingang auch die Sportsbahn So, hier in der S-Bahn-Station beende ich das Video Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönes Wochenende Und bis bald Tschüssi Und hier in der S-Bahn-Station 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 Und hier in der S-Bahn-Station